Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video zu der Prüfung Deutsch Test für Zuwanderer. Im heutigen Video beschäftigen wir uns mit einer Schreibaufgabe. Wir schreiben eine E-Mail an ein Reisebüro. Wir schauen uns zuerst die Aufgabe an. Sie haben für Ihre Familie eine Reise gebucht. Ihr Bruder Julian möchte auch mitfahren. Schreiben Sie eine E-Mail an das Reisebüro. Schreiben Sie etwas zu folgenden Punkten. Grund für Ihr Schreiben. Was geändert werden muss. Kosten. Wie sie erreichbar sind. Nun schreiben wir zusammen. Wir schreiben an ein Reisebüro. Wir haben keinen Namen. Da sagen wir sehr geehrte Damen und Herren. Dann schreiben wir etwas zum ersten Punkt. Grund für Ihr Schreiben. Da kann man sagen. Ich schreibe Ihnen, weil ich bei Ihnen eine Reise für meine Familie gebucht habe. Wir sind zwei Erwachsene und ein Kind und fahren im Juni für zwei Wochen nach Italien. Ich schreibe Ihnen, weil ich bei Ihnen eine Reise für meine Familie gebucht habe. Wir sind zwei Erwachsene und ein Kind und fahren im Juni für zwei Wochen nach Italien. Dann schreiben wir etwas zum zweiten Punkt. Was geändert werden muss. Da kann man schreiben. Mein Bruder Julian hat sich entschieden, mit uns zu fahren. Daher möchte ich fragen, ob sie noch ein Zimmer für ihn frei haben. Mein Bruder Julian hat sich entschieden, mit uns zu fahren. Daher möchte ich fragen, ob sie noch ein Zimmer für ihn frei haben. Der dritte Punkt war Kosten. Da kann man fragen. Könnten Sie mir bitte mitteilen, was dieses Zimmer kosten wird? Könnten Sie mir bitte mitteilen, was dieses Zimmer kosten wird? Der vierte Punkt war, wie sie erreichbar sind. Da kann man schreiben. Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. Sie können mich unter 0123456789 erreichen oder mir eine E-Mail senden. Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. Sie können mich unter 0123456789 erreichen oder mir eine E-Mail senden. Wir schließen ab. Vielen Dank mit freundlichen Grüßen. Und wir brauchen einen Vornamen und einen Familiennamen. Das war es für heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.